Hallorchen, im Hintergrund sieht man meines Erachtens die Landeskrone in Görlitz von Weißwasser aus. Ja, das müsste sie sein, was man alles so sehen kann. Dahinter das Isergebirge, was alles schon eigentlich zum Riesengebirge zählt. Schon Wahnsinn. Und da habe ich mir sagen lassen, das ist der Löbauer Berg. Davor müsste praktisch Löbau sein. Luftlinie 45,46 km. Und die Landeskrone auch 45 km. Da hinten eine Windmühle. Da gibt es noch mehr. Keine Ahnung was das für ein Berg ist. Heute hat es eigenermaßen gute Sicht. Ja und da ist wieder die Lungeskrone. Von Görlitz. Lanzkrone. Na ja, bis schon. Bisschen unscharf, aber... Ja, da sind mal die Bedingungen. Na dann, haut doch mal rein. Delle ist mir mal die Bedingungen. Untertitelung des ZDF, 2020